Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Selina und heute machen wir die Smoothie-Challenge. Diese Smoothie-Challenge wird etwas anders sein. Und zwar werden wir auf Instagram einen Abstimmung machen, zum Beispiel Bananen oder Kekse. Und das, was mir stimmen hat, kommt halt in meinen Mixer rein. Du hast aber noch nichts gegessen, glaube ich sogar, oder? Dein Frühstück. Um 16 Uhr. Also Leute, dass ihr wisst, Selina ist um halb drei aufgestanden. Nein. 4.30 Uhr, kommst du von deinem Zimmer angewalt ein? Ja, da komm ich raus, aber um 13 Uhr war ich schon wach. Okay, du sagst Tschüss. Wir haben hier Kekse, ein Fertig-Smoothie, Kakao, eine Banane, Quark, Pfirsich-Birnen-Quark. Und bei den ekelhaften Sachen haben wir Gurkenwasser, Ketchup, Irgend so eine scharpe Soße, die meine Schwester für üblich hält. Delicious. Tofu mit Eier und Butter. Ich brauche auch Hunger des Todes. Ja, ja, in der Schule bekommst du ja gleich. Inga. Das war deine Idee mit Smoothie-Challenge. Ich hast sie selber eingebracht. Also Leute, ich bin heute erst um 13 Uhr aufgestanden. Warum? Mal ich hier mal so aufstehen? Ja. Nein, ich habe es jetzt noch nie bis 13 Uhr gestanden. Und sonst bis drei? Nein, bis zwölf Uhr. Wow, voll der geiler Unterschied. Ja, eine Stunde ist viel Unterschied. Und ich habe extra... Hä, da liegst du doch so oder so, meinst du es immer noch in deinem Bett. Ja. Die Leute haben entschieden. Gurkenwasser versus Smoothie. Was glaubst du, was die Leute gewählt haben? Gurkenwasser. Echt? Weil du das trinken willst? Nein, weil die böse zu müssen. Nein, die hat ein Smoothie zu 56 Euro. Oh mein Gott, danke. Danke an alle Leute auch. Baby, sag mir, du willst mehr. Nö. Kekse und scharfe Soße. Scharfe Soße. Richtig. Oh mein Gott, iiii. Iiii. Dann hatten wir Banane und Ketchup. Ketchup. Banane. Oh mein Gott, danke schön. Dann hatten wir Quark und Butter. Butter. Quark. Oh, oh hallo, ich bin immer mega nett zu mir. Dann hatten wir Kakao und Tofu. Ja, Tofu. Kakao. Echt jetzt? Oha. Oha. Okay, das kann kein Verein. Aber meine Arme Kekse. Jetzt unser sexy Mixer. Okay. Wir fangen an mit Erdbeerbananen-Smoothie. Und ja, wir machen ein Smoothie in ein Smoothie. Oha. Oh, die stinkt. Oh! Oh! Bruder, die eske in der Nase! Dann dieses fieses Birnen-Fack. So, jetzt schließen wir das Ganze. Das ist mein geiler Smoothie. Seid ihr bereit? Drei, zwei, eins. Du musst auch Steckdose rein. Riecht es? Oh, ist es zu viel? Das älst so in der Nase hoch. Ich beschreibe jetzt, wie das Ganze riecht. Es riecht nach Feuer, Jalapenos, Chili, Erdbeere, Banane, Chili, nochmal Chili. Und es stinkt in der Nase. Du musst ja auch nur trinken. Ja. Also danach kriegst du was mit Burger King, ja? Das war ja deine Idee mit Smoothie Challenge, nicht meine. Ja, meine Idee. Ich so, ja Sally, was trinken wir? Die so, ja Smoothie Challenge. Nö. Wie viele Schlöcke. Schreibt mir in die Kommentare, würdet ihr das trinken? Nö. Ähm. Nice. Wo ist mein Kekse? Wo ist mein Smoothie? Hast du hier? Ja. Als extra Challenge dürft ihr auswählen, was auf meinen wunderschönen Keks drauf kommt. Also drei Zutaten. Oh nein, da ist ja in die Schüssel rein. Trickschef. Okay, wir hatten Butter und Tofu. Ja. Was glaubst du? Tofu. Butter. Oh mein Gott. Dann hatten wir Smoothie und Ketchup. Smoothie. Ja. 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 Boah Leute, das ist voll die nette Arme hier. Vakuum Scharfe Soße. Wir hatten... Aber Selina, da du leider nur gute Sachen hast, nehmen wir die Scharfe Soße. Oh Gott. Oh Gott. Der stinkt so ekellhaft. Warte Butter ist eigentlich auch schlecht. Und keine Ahnung, was das ist. Seid ihr bereit? Drei, zwei, eins. Ich will nicht. Drei. Oh, das läuft ja schon überall. Drei, zwei, eins. Nach was schmeckt das? Nach Soße. Aber auch mit Chess. I can eat it. I can eat it. It's so delicious. So Leute, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Milliarden, lasst ein Like und ein Abo da. Das hier und das Smoothie waren extrem ekelhaft. Obwohl ich den Smoothie auf Ex getrunken habe. Bis zur Hälfte. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.